Servus zusammen. Markus Söder legt weiterhin die Pläne für den Bau der dritten Startbahn am Münchner Flughafen auf Eis. An sich eine super positive Sache. Doch mich stören dabei genau zwei Dinge. Erstens, warum nicht komplett, lieber Markus Söder? Warum bedingst du das an deine Amtszeit? Es wäre doch viel klüger und weiser gewesen, wenn du endlich Tatsachen schaffst und die Planungen der dritten Startbahn komplett auf Eis legst. Und zweitens, warum mit fremden Lorbeeren schmücken? Es waren wir, die Freien Wähler, die jahrelang dafür gekämpft haben, dass es eben keine dritte Startbahn gibt. Also bitte, bleibt bei den Fakten. Der Erfolg ist einzig und allein den Freien Wählern zuzuschreiben. Was meint ihr dazu? Ich freue mich auf eure Meinungen in den Kommentaren. Bis dahin, bleibt gesund, euer Felix.